Neu, äh, AK, nochmal. Echt jetzt, alter? Aber ich hab alles zerfetzt, aber danach hab ich's auch. Da musst du ja nicht so dumm hochdingsen, gell. Nene, das wird ja angezeigt, wie weit entfernt er ist, wenn du ihn gleich anders wirst, deswegen. Aber das ist manchmal von langsam, dieses hochdingsen. Bei manchen Panzer ja, bei manchen nicht. Welches, welches wechselt? Ja, ja. Danke, M46 Tiger, danke. 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 Man, wieso hat er nicht so eine graue Farbe in Wurf an? Das ist so geil aus dem Grau. Weißt du noch, wo die Einstellung war? Weil ich brauch die auch noch. Oh Gott. Mal das eine Video anschauen von dem einen, ich weiß selber nicht mehr, muss ich mal wieder schauen. Ich glaub, es war, wie hieß denn nochmal? Measurement-Tüle. Oh, wo war das? Das ist übelgeil, Alter. Ich könnte vielleicht meine Steuerung in Geschick, aber ich muss in der Steuerung schauen. Ich hab ganz voll woanders geschaut. Ich bin gegen Leute, so, lol, okay. Oh mein Gott, Königssieger, schießt schon her, gell. So scheiß Zäune machen wir alles. Das liegen, ich schwöre. Der Schöne daran. Ich glaub, mein Motor war grad so, aber knapp am Anfang, Alter. Ja, er schießt mir eine rein und macht mein Dinger kaputt. Kann nicht wegfahren, Alter. Geh doch, ne, nimm doch einfach den Gang, Alter. Oh, knapp. Hey, wie wird der Bistock? Ja. Was haben sie erwischt? One-Shot. 2.400. Ah, ich hab' Ladehämmung. Alter. Wie war's denn Ladehämmung? War ein bisschen Dings abgeknallt, hat er irgendein von rechts. Zielen mit Panzern X-Achse, ist das das? Ich weiß es nicht, du musst es... Oh Gott, vertikal hättest irgendwas mit vertikal, glaub ich. Okay. Fein. Sichtweitensteuerung? Ne. Doch, Sicht, das hat irgendwas mit Sicht zu tun. Zoom-Achse, Land. Ne. Ah, das... Was war das nochmal? Dieser scheiß Objekt, Alter. Geil, scheiß drauf. Ich mach's irgendwann später. Versteck mich halt bei dem Kärdi. Ich glaube, ich hätte vielleicht eher Glück, wo ich immer so viele Kiss gerissen hab, weil es war ein leichter Panzer. Ah, schade. Ohne, ob ich jetzt gerade ernsthaft gegen meinen Kumpel hier geschossen hab. Ich schieße jetzt zweimal schon gegen den T-44. Das war so klar, Mann, Alter. Oh mein Gott. Objekt. Objekt. Objekt, weil sich scheiße. Der nervt wohl, ey. Ob auch von wo? Wo ist der Weg? So, ich markiere das bei... Hier. Ich sehe den gar nicht. Hartkern wird ja sowieso nichts bei denen bringen. Ja, das ist so wie ein... Tits in einem Jazzy. Oh, wo war das, Alter? Geil. Oh, da ist ein gegnerischer Jagdmann da. Da hast du eigentlich gar keine Ahnung, gell, wo es war. Nee. Hat's gern gewusst. Genau, nur für die Steine. Ja, genau. Ja, genau. Boah, ich hab ihn gut getroffen in der TV. Tomeleben wahrscheinlich noch zwei oder so. Ungefähr. Wow. Ich sehe die gar nicht. Der da hinten ein Ding, aber... Der muss da, wo ich bin, wo ich grad bin. Meine Posi. Hey, ich sehe... Objekt ist da hinten, das sehe ich. Oh mein Gott, ich kann Objekt abschießen, theoretisch. Aber hüte dich, hüte dich von dem. Hüte dich vorne durch. Vorne, ja. Ich weiß grad, ich kenne die Panzerung selber nicht. Richtig. Ich glaub, er hat ja noch so. Ah, jetzt glaub ich, die Bomben gleich explodieren, Alter. Ja, genau. So, die denn scheiß runter wären für mich. Das weiß schon nichts. 10,5 Uhr unten. Ich lade schützliche Schützverschuss von 10,5 Uhr. Scheiße, der Objekt lebt da dann auch immer. Alles klar, kein Sinn. Gleiches Flugzeug. Jo, Flugzeug, Alter. Hä, war da eine Bombe hinter mir? Hm, ne, do. Hast du keine Bombengeräusche gehört, oder was? Nö, war gar nicht. Gar keine Geräusche. Du hast halt einstellen, ein bisschen Gucken. Ja, hast du Sound im Warfander? Vielleicht hast du kein Sound. Ich hab Sound im Warfander. Aber vielleicht hat er die abgeworfen, kurz bevor er gecrashed ist. Ich hab nix gehört. Die rapen uns kurz, gell? Hm, alter, hab ich den Superpurschen getroffen, Alter. Wie hab ich den getroffen, Alter? Ist klar, Künstiger kann so schnell nachladen. Das ist doch so unlobisch. Aber... Was keinen Sound an gehabt? Spaß. Alter. Alle Panzer verloren. Oh, shit. Ja, ihr campt die ja da hinten schön, weisch. Nö, ja, nicht mehr. Der einzige, der hier was... Wollt ihr auch campen können? Ne, Mann, ich möchte nicht campen, ey. Campen ist scheiße. Wow, nice, ich hab Dinger, superpurschen. Ja, ich kriege, campen auch. Campen ist scheiße. Einzigste. So, wie solche Panzerspiele... Ich muss ihn nicht kämpfen. Sag nur Blackout 2. Das ist was anderes. Taktisches Warten. Taktisches Warten. Ja, normal. Blackout 2 ist was anderes. Aber bitte, sag mal, wie soll ich die Agbander dann spielen? So aggressiv oder was? Wie ich die zu spiele und so. Immer aggressiv. Oh, die Do geht auf mich, dieser Wichser. Kleiner, schwanzloser. Oh, hoffentlich hat er keine Bombe aufs 3 Sekunden, ne, oder 2 Sekunden. Kann man so einstellen, dass sie wie. Keiner hat Dreck, sag, ey. Hä? Von wo wurde ich getroffen? Von mir? Ne, man. Bombe liegt direkt neben mir, oh mein Gott. Oh, fickte Scheiße.